Hallo, unsere Pfarrer, den Heiligen Herzlichen Michael anempfehlen. Deshalb auch das Gebet und man kann sich diese Texte auch mit nach Hause nehmen, dass man auch zu Hause beten kann. O Heiliger Herzlichen Michael, wer ist die Gott? Dein Name besäugt die Allmacht Gottes, durch die du jeden bösen Geist, alle Rechte der Finsternis und sah von selbst besitzt und seine Macht verliebtest, sodass sein böses Tun uns auf den Weg gegeben, die Heimat nicht überwältigt, wenn wir zu dir unsere Zukunft nehmen und uns ganz dir anvertrauen. O wunderbare St. Michael, du du großer und erhabener Engel, du hoher Fürst der himmlischen Herrschale, du unvorstellbar, heftiger, debiliger Fürst der himmlischen Ehre, an diesem Tag kommen wir alle zu dir, obwohl wir ganz und gar unwürdig sind, vor dir zu erscheinen, und ich bitte dich in glücklicher Einfalt und schamhaft dabei über unsere Sünden, dass du uns und all unsere Leben beschützen und über uns achten möchtest, damit der Teufel, der alte Schleim und alle gefallenen Ehe, die man hören, die nicht schaden können, um uns von dem Weg, den Gott in seiner Eben und Vorseelung über uns geschickt hat, durch Versuchungen und Blüten mit der Wahrheit widersprechen, hart zu anzubringen. Oh, wunderbarer St. Michael, du großer Engel, mehr sind wir, dass wir es wagen, uns wir zu nähern. Doch dich hat Gott dazu bestimmt, uns in unserer menschlichen Schwachheit zu helfen und uns mit all seiner Kraft gegen die bösen Wächte der Pfingsternis zu verteidigen. Besser wollen wir Leute und von nun an jeden Tag zu mir kommen und sich aus ganzem Herzen kindlich und eben mit segeln mit, aber dass wir uns in unserer Stimme an uns und uns mit der Kraft Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, gegen alle Angriffe und Versuchungen, Nachstellungen und Broseiten, Anfechtungen und Blüten und Satans und alle Bösen Geistern, die ihm folgen, verteidigst und immer an unserer Seite greist und für uns kämpfst, damit wir durch Heilige und für Sprache und Impfe in die hirnischen Grunde erreichen, die Gott von Ewigkeit her für uns bestimmt hat. O Heiliger, er singt mich, der Arme fürste Engel, wie wunderbar ist es, dass sein richtiger und großer Engel, wie du und dieser Bruder im Himmel ist, der für uns kämpft und schreit, wie erweilige Leute unsere Pfarrgemeinden, unsere Lieblende, uns selbst und uns eigenartig, und mit der Licht, dass du uns jederzeit vor einem Angriff des Teufels bewahrst und deine schützende Frühe, auf die du uns ausbreitest und uns lehrst, Jesus, dem Allerheiligsten Sakrament des Alltags, immer mehr zu lieben und anzubeten und um durch ihn in den einzigen Wagen dreifach gegen Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist immer mehr zu erkennen, anzubeten und den Heiligen Geist und mich Favoriterin Weg in den Heiligen Geist Amen Amen.